Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Temple Run 2. Das ist der zweite Teil von Temple Run. Ihr habt vielleicht mein Temple Run 1 Video schon gesehen. Das habe ich im Jahr 2020 hochgeladen, also letztes Jahr. Und schon für den letzten Jahr. Wir haben jetzt ja schon den Oktober und ich habe es irgendwie am Juni, weiß ich nicht wann, hochgeladen. Ja und heute ist der 1. Oktober und am 31. Oktober, also am letzten Oktober Tag ist ja Halloween und verdammt muss ich mir wahrscheinlich ein extrem gruseliges Spiel aussuchen. Aber ich habe schon genug Horrorspiele hochgeladen, das ist mega gruselig. Aber jetzt spreche ich ja noch über Horrorspiele, wenn ich Temple Run spiele. Meine Güte. Okay. Puh. Alles klar. Okay. Okay, ich würde sagen, wir klicken mal direkt auf Play. Okay, geil. Hier gibt es sogar mehr Temples. Okay, ich würde sagen, wir machen mit dem ersten. Wir fangen mit dem ersten an. Die zweiten müssen wir uns für 500 Emeralds vorschalten. Ich habe null Emeralds. Ja und hier oben seht ihr schon, ich habe 376 Coins, weil ich habe das Spiel schon mal ein kleines bisschen angefangen und es geht nichts mehr. Oder soll ich spielen? Aha, ich muss das spielen könnten. Das weiß ich ja nicht mal. Okay. Ah und in Temple Run 1 glaube ich das nicht. Man kann sich ja noch mit dem Seil schwingen. Ach du, ich muss nur die Coins einsammeln und zack. Man kann sich ja noch mit dem Seil schwingen. Das kennt ihr nicht von meinem ersten Temple Run Video. Alter, ich hätte gedacht, ich würde mir eine Schnurre anschlagen. So, ah, stimmt ja. Ich habe die Steuerung vergessen aus dem Jahr 2020, Mann. Das ist ein bisschen lange her hier. Okay. Und zack. Man muss mit dem Tablet auf die Seite lehnen, damit man auf die andere Seite kann. Und so muss man auch die Coins einsammeln. So, hier lang. Und unten durch. Und zack, Truhe. So, das brauche ich auch nicht zu tun. Das weiß ich nicht. Ich habe das Spiel schon mal ein kleines bisschen angefangen. Nur habe ich die Steuerung auch nicht gekannt. Aber ich weiß nicht, ob es im Jahr 2021 war. Ich glaube, es war auch letztes Jahr. Aber auf jeden Fall nicht im Oktober. Was ist denn? Okay. So. Brenz an uns. Ach, du Scheiße, Mann. Ja. Ich habe mich schon darauf vorbereitet, mich heute zu benehmen. Wie in dem Temple Run 1 Video. Das geht heute nicht. Mein Jahr 2021 bin ich anders geworden. Ach, du Heiliger. Aber wir reden jetzt nicht über das hier. Wie bräuchte ich das? Ah, geil. Jetzt sind wir unsterblich. Also unsterblich. Wir können nur für Kurze Zeit und wir können auch nicht nach rüberlaufen. Wir fallen auch nicht runter, sondern da wird einfach so ein Boden erschienen. Aha, das habe ich voll vergessen, damit wir hier so auf dem Fluss auch fahren können. Hier fläst. Aha, wir dürfen das nicht berühren. Ja, und dem Fluss im Bauch zu hinterm ist, habe ich ja auch vergessen. Mit dem Gras müssen wir eigentlich nicht ausweichen, aber ich mache es einfach. Ich will es mir auch nicht zu leicht machen. Aber eigentlich machen das keine YouTuber, so wie eh. Ja, ich weiß nicht. Ich schätze, ich darf das immer noch nicht berühren. Ich weiß es aber nicht. So, hat Gedankert. Ich kann auch was nicht tauchen. Okay, aber wir können uns hier auch noch tauchen. Das ist nur im Wasser. So. So. Was können wir machen? Und springen. Oh nein, ich hätte gedacht, ich könnte auch im Wasser springen. Bin ich dumm? Ich habe nur Lamerals. Aber ich würde erst mal sagen, wir gucken uns jetzt eine Werbung an. Kann ich auch machen? Oh, wenn die 29. Scheiße. Gut, dann warte ich an diese 90 Sekunden ab, Digger. Ich meine, das ist ein bisschen lauter. Und zwar ist jetzt dieser 80 Sekunden ab, hier soll ich jetzt sehen. Woo! 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 So, jetzt sind die Werbung dann gleich vorbei. Und? Zack, so. Hoffentlich habe ich nicht gedacht, die YouTuber haben wieder mal mein Reden weggeschnitten. Einfach so. Haben sie schon mal gemacht. Deswegen musste ich meine Videos löschen. Ey. Okay. Alles klar. Weitermachen bitte sehr. Okay. Und so. Scheiße. Okay. So, würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal hier runter. Scheiße, sind das hier Blätter als Münze? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Okay. Müssen wir fischen? Also nicht fischen. Also nicht fischen. Das ist auch mal zur Notfall. Da werden die hier gar nicht verfolgt. Doch. Ich glaube, das sind die Affen. Oder? Aber hier nur von einem Affen. Nicht damit YouTuber 9 von der von drei Affen folgt. Aber in YouTuber 9 waren das drei kleine Affen. Und hier ist das ein großer Affen. Was sieht das jetzt so aus wie ein Gorilla? Habe ich das schon gesagt? Ein Gorilla? Ne, ich glaube noch nicht. Aha. Du musst eigentlich gar nicht fischen. Aber ich mache trotzdem so den Fall. Also eigentlich müsste ich das gar nicht machen. Oh, jetzt sind wir wieder aus dem Boden. Jetzt sind wir endlich wieder aus dem Wasser raus. Flamme. Ich schätze mal, da muss ich mich dücken. Weil kein Mensch kann das Laufen aushalten. Also natürlich, wenn er drinsteht. Nicht, wenn er nebendran steht. Nebendran kann man schon noch aushalten. Aber wenn man drinsteht, dann stirbt man. Nicht unbedingt, aber die Chance ist groß. Die Chance ist größer zu sterben, als bei einem Autounfall. Oder? Wieso rede ich jetzt über Unfälle? Warum rede ich jetzt über die Ahnung? Bei der Chance zu sterben. Okay. Oh, du Scheiße, Mann. Okay. Hier rüber und zack. Ah, geil. Jetzt können wir sogar noch Achterbahn fallen im Spiel. Meine Güte. Äh. Aha. Ach so, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Till left. Aha. Ich hätte gedacht, ich muss wischen. Till right. Aha. Ach so, es geht das. Auf dieser Seite. Geil, jetzt sind you win. Verdammt. Ich hab you win. A Seite. Was passiert, wenn ich springe? Springen kann ich hier nicht. Hier auch noch mal. Und zackli. Und zackli. You are ready. Vielen Dank. Das kann ich schon zu gut. Ihr müsst kein Tutorial noch machen. Oh, was? Nö. Sorry, ich war zu dumm dafür. Um das zu machen. Okay. Noch mal eine Werbung. Weil ich will, dass wir die ein bisschen zu kurz machen wollen. Oh, mein Zombie ist echt scheiße, man. Lissi. Ah, nö. Die ist nicht Lissi. Oh, ich bin wieder raus. Ich habe das Zombie-Sahar. Danke. Help! 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 Ich habe das Zombie-Sahar. Tschüss! Ich habe das Zombie-Sahar. Oh, ich bin wieder raus. so alles klar ist alles gut jetzt okidoki ja dann kann man wahrscheinlich keine werbung mehr gucken ich weiß zwar nicht aber ich kann es mir vorstellen okay wahrscheinlich wenn wir dann bei den jubilen sind also beziehungsweise in diesem dunkleren tunnel muss ich dann wahrscheinlich auf die seite gehen soll ich war zu dumm dafür ah ja muss ich einfach auf die seite lehnen dafür ist ja ganz gut das kann ich trinken also bleiben ok an mich wollte ich zu den jubeln aber spielt auch keine rolle weil diese jubeln die bringen ja auch gar nichts ich habe nach rechts gewischt das kann die mir glauben na mann ok leute aber für die heutige folge wäre es immer schon gewesen mein tempel und ein folgen auch so kurz aber die gehen länger wenn euch die gefallen gehen würde dann nach oben und abonnieren den kanal so würde mich sehr freuen und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin tschüssi